der bundesrat entscheidet heute über die änderung des infektionsschutzgesetzes bolo ramerlo aus thüringen hat wohl gesagt die werden nicht zustimmen weil die einrichtungsbezogene impfpflicht weiter gilt in diesem video erkläre ich dir was da jetzt eigentlich der stand der angelegenheit ist und wie das zunächst einmal ausgehen wird beziehungsweise was dann tatsächlich in zukunft zu erwarten ist ich gebe am ende auch noch ein paar praktische tipps zunächst einmal die einrichtungsbezogene impfpflicht ist ja nicht abgeschafft worden jetzt durch die änderung des infektionsschutzgesetzes sie läuft zum 31 12 2022 also ende des jahres aus so der jetzige stand und ab oktober müsste der booster nachgewiesen werden so grob der stand ich werde dazu noch mal in einem gesonderten video dann rechtzeitig euch den stand sagen wir dann wirklich ab dem ersten oktober gilt aber die andere frage ist ja und da damit wollen wir uns heute befassen wie wird die denn aktuell umgesetzt wie sieht es denn in den einzelnen bundesländern aus und da haben mich sehr viele zuschriften von euch erreicht ich war ja zwischenzeitlich im urlaub und habe das thema auch so ein bisschen über sommer dadurch aus dem augen verloren weil ich ja nicht aktuell berichten konnte und zunächst einmal wir hier in der kanzlei kann ich sagen haben kaum probleme wobei wir diese verfahren hier in der regel mit arbeitgebern in dem zusammenhang geführt haben wo es dann auch um sanktionen ging und da die verwaltungsverfahren in den fällen wo hier verbote und ähnliches verhängt wurden nicht führen also da gab es schon einige anfragen aber im vergleich zur masse der anfragen insgesamt ist das doch nicht so viel gewesen und das jetzt aber nur so ein subjektiver eindruck von mir deswegen gucken wir uns vielleicht mal kurz die statistiken an hier am beispiel nordrhein-westfalen wie wdr die gerade am 14.9 online gestellt hat für nordrhein-westfalen und man kann ja hier sehr schön sehen wir haben die offenen verfahren du siehst wie viele meldungen ist da also gab und du siehst wie viel verbote verhängt wurden das ist also vergleichsweise wenig wenn ich da mal von ausgeht die gesamtverfahren nehme ja also das sind die jetzt noch offen sind die noch nicht entschieden wurden dann siehst du sehr viele wurden ja entschieden wie viel verbote es gab und du siehst die ausnahmen wenn man jetzt die ausnahmen nimmt und sagt es wurde alles entschieden dann kannst du hier zum beispiel sehen die die im grunde um diese ganze verlogenheit ja düsseldorf 401 ausnahmen kein verbot ja köln hat offensichtlich gar nicht bearbeitet also keine verbote keine ausnahmen haben also offensichtlich einfach gar nichts gemacht still ruht der see in rhein kreis neuss sieht es wohl ähnlich aus in aachen sieht es ähnlich aus und palerborn sag mal erst mal gar nicht was phase ist mal so ja also wenn man das sieht dann ist auch klar dass das ganze eigentlich ein verwaltungstechnischer rohr krepierer ist hier werden verfahren durchgeführt in der praxis läuft es aber so die jeweilige melde verpflichtet der jeweilige melde verpflichtete arbeitgeber der sagt folgendes der sagt ich brauche die leute ich habe ein personalknappheit und damit hat sich das ganze im prinzip erledigt es gibt eine ausnahme die überhaupt arbeiten die machen ausnahmen und die die nicht arbeiten die lassen die verfahren einfach hängen dabei ist einfach oft passiert gar nichts so die arbeiten also weiter und das passiert nicht so mein kenntnisstand nicht nur in nordrhein westfalen auch das was wir hier beobachten was uns die leute melden hier auch über den kanal wenn du selber andere erkenntnisse hast gerne informationen ich werde jetzt wieder verstärkt dran bleiben an dem thema corona und eben auch vor allen dingen einrichtungsbezogene impflicht betrifft uns ja im arbeitsrecht wenn du also hier eine andere erkenntnisse hast wenn du sagst alles quatsch prederek bei uns läuft es ganz anders bitte gerne in die kommentare das könnt ihr dann auch umgekehrt selber dann direkt lesen ja wie es woanders läuft und wir ich wiederum greife das auf und greife eure fälle auf und werde anhand der eurer beispiele dann hier auch noch mal genauer darstellen was läuft wenn dich das interessiert abonniere den kanal und wenn du arbeitsrechtlich irgendwelche sanktionen oder probleme hast da kannst du dich an uns wenn deutschlandweit sind wir unterwegs wir sagen dir zumindest wenn wir dir nicht helfen können und wir helfen dir wo wir dir helfen können bei kündigung und aufregungsvertrag kannst du auch kostenlos anrufen und ein erstgespräch dazu führen